Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Duda 2 mit Basti Guten Tag So Geht mal auf Oni-Krieger Mal gucken ob das gar nicht so gut klappt Ich muss aber auch teilweise sagen ich hatte echt manchmal Lootluck gehabt Vor eben gerade Ich hab echt viel Loot bekommen am Anfang Mal gucken mal gucken Der geht auch auf Bett Oh ich könnte Glück haben mit meinen Ich hab noch keinen auf 2 Ah der geht auch aufs Bett Aber so ist jetzt auch immer auf die Variante Das geile ist halt dass Die Fledermäute halt echt selten genommen werden und dadurch oft zu finden sind Deswegen hatte ich den auch so schnell frei gehabt Ja es sind jetzt zwei Leute die auch Bett spielen Alter War die letzte Runde dabei Was? Oh der hat schon Shadow Brrrr Ich hab noch kein Loot bekommen Geil oder? Mal gucken Der einen hat schon 3er gepickt Also ein ziemlich Also ein An sich monster Ein ziemlich starkes Monster so Ein ja selteneres Monster Ey da kommt mein Loot Ja bei mir auch Wieso kann ich das nicht machen? Da steht Fähigkeit ist inaktiv Für was denn? Ah jetzt geht das Ich konnte Nein ich Nein ich wollte gar keine Ich wollte einfach nur meinen Typen rein bewegen Gegen ihm nicht Wieso? Wahrscheinlich standest du nicht nah genug dran Hm keine Ahnung Deswegen habe ich meinen Esel ja auch in der Mitte passiert Schade 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 Dr. Klinker My suit should keep me comfortable through all of this Okay. Okay. Das ist doch so. Das war gut, die Zung. I shall profane their lands with my hoofbeats. Ritter. 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 Toll. Finde ich gut. Ich habe etwas gekauft, was ich gar nicht kaufen wollte. Das habe ich wieder verkauft. Oh, what? Gänzt du? Nein, nein. Aber ich habe gerade gesehen. Lol, du gewinnst. Oder? Der Mann macht ja so viel Damage, der Typ. Oh mein Gott. Dein Ultimates hat ihn gekillt. Martin. Darauf habe ich aber verkackt. Ich glaube, das war sogar gegen dich gewesen. Der Mensch, Biestkrieger ist ja auch an sich ein Krieger, ne? Warte, guck mal nach. Äh. Ja, doch. Ist auch ein Biest, aber er ist ein Krieger. Ja. 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 Der Punch Phantask ist ja irgendwie cool, muss ich sagen. Oh, ich habe einen Batrider hier gerade im Shop, aber natürlich kaufe ich ihn mir nicht, weil... den brauche ich nicht. Leu. Ey, guck mal, mein... guck mal, wo hier unten meine Base hat, alter. Das geht ja gar nicht. Okay, ein Tastkrieger. Noch ein Tastkrieger. Muss... Nice, hat noch gezählt. Ich glaube, ich verliere, weil ich nur vier Monster gerade habe, weil ich gerade was funktioniert habe, aber... Oder? Der Punch, Digga. Ja. Der Choss. Meine Monster gewinne? Da fuck! Warum kann... Warum kann ich das auf einmal? Alles klar, was sie... Ne, es geht da... Ich glaube, weil ich mich auf weniger Monster konzentriere auf einmal. Oh, das ist doch gut. Das ist doch gut. Ist ja der Wahnsinn. Ja, noch... Noch ein Ork. Danke. Muss groß. Äh, mir fehlt noch ein Ork, dann habe ich ein Dreier Ork, ne? Äh, Dreier-Achse-Ork. Nicht schlecht. Ah, jetzt verkack ich. Oh! Oder? Ja, doch hab es ja. Egal. Es wird einfach die Ritter kommen wohl. Des Todes. Ja... Ich überlege gerade, kaufe ich mir noch einen Platz? Ich brauche mir lieber noch ein... Nochmal... Das... Das hat sich gelohnt. Zweimal Task gefunden. Dann habe ich gleich noch eine Task. Ah, das ist eh eine Golem-Runde. Nice. Kunkar... Lightkeeper... Nee, Kunkar... Kunkar... Kunkar, glaube ich. Ey, Bendy, wir sind beide weiter oben, ne? Hab ich gesagt. Bisher. Läuft... Bisher. Läuft... So... Ähm... Äh... Erstmal muss ich hier kurz abfusionieren. Das geht... Ich hab keinen Platz mehr. Ja... So, dann muss ich mir ein... Ding kaufen. Und... Dann... Ja, ist ja... Ja, ist ja... Oh, mein Gott. Oh, alright. Haha, Bendy, Alter. Nur wenn man willst, kriegt man den. Ja, auf jeden Fall kennt man den. Und ich verkacke wieder. Ja, was heißt hier wieder, aber... Wir haben gerade eine gute Gegen-Kombo gegen mich. Oh, ich hab gerade 12 Minus... 10 Minus oder so gehabt. Bäääääh... Bäääh... Fuck... What?! Weres denn? Es geht keiner auf Tinko? Ja klar... Weine, ich kann auch... Ich kann auch nicht... Verkaufen... Okay, sorry for what, ist einfach lost. Nice! Nice, Digga! Alles 2er bisher bei mir, ne, jo. Ich steh bei manchen ja schon vorm dritten 3er. Ich kämpf grad gegen dich. Ja, du gegen irgendeinem anderen. Also gegen dein Spiel hab ich gewonnen, Benni. Also bisher noch nicht, einer lebt noch, aber bei mir leben 3, also geht mal davon aus. Oh, ich hab verloren. Just random. Ja, ich bin ready to rumble, weil ich in Rumble bin. Ja, ich bin bereit. Ja, ich bin bereit. Das Spawn von Creeps ist echt... Das ist echt nervig, ne? Ja, ich bin bereit. Oh, ein Tosk. Ja, ich bin bereit. Okay. Shadow Fiend. Ich bin bereit. Hast du auch knapp bekommen, soviel? Jo. Ich hab zwei Sachen bekommen. Oh, ein Tosk zum kaufen. Ein Juggernaut. Ähm. Gracious. Gracious me. Okay. Ich mach den wieder raus. Okay. Ich hab noch keinen Dreier, ne? Das ist, glaub ich, mein Problem gerade noch. Ich steh vor einigen Dreiern, aber... Ja, ich bastel grad so ein bisschen an den Dreier. Alter, Basti macht mich komplett frisch. Boah, ist das knapp. Alter, Alter, Alter. Nein, nein, nein. Boah, Junge. Ich hab mit einem überlebt, ey. Ah, lol. Noch ein Tosk. Okay. Ich hab meinen ersten Dreier. Tosk. Tosk. I ride with the light. Okay, jetzt müsste ich ja eigentlich auch einen Human-Bonus haben. Ah, seh ja. Ehm. Puh. Puh. Das ist mein erstes Mal in dieser Runde. Oh, ich hab grad den Nachbarn... Ich glaub, der beim Nachbarn war halt gerade gewesen. Den hab ich grad frisch gemacht. I ride with the light. So, ähm. Hm. Ja. Ja. Ah, ein Troll kann ich noch kaufen. Siehste. Ich kenn' grad gegen dich. Ich glaub' ich verkacke, oder? Alter. Alter, just random. Das ist einfach crazy. WTF, Alter? Gegen den hab ich auch gar nicht gekämpft, tatsächlich. Dich hab ich besiegt, aber... War nicht... War nicht ganz so leicht. Hm. Okay. Nehm' ich. Nehm' ich. Digga, nehm' ich. Zack. 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 Ah, kuckoo. Ohh, no. Das war's. Problem ist, dass es bei mir sich jetzt gerade gar nichts ändert. Warum steht bei mir oben, ich habe neun Gold, aber ich kann einen mit einem Gold nicht kaufen. Anzeigefehler. Oh, doch mal Loot. Nice. Komm, ich brauch wieder Leute hier. So wird das nix. Ich krieg aber auch nicht, gerade nicht das was ich will. Doch. Tatsächlich doch. Lul. Noch ein 3er. Drei 3er habe ich jetzt da. Ist das ... ich habe mich verpflichtet. Ach so ich kann ver- oh, sorry. Oh also wenn ich hier ist, muss ich entschuldigen. Boah, ich hab mich dazu verpflichtet. Achso. Irgendwie schon, ja. Alright. Ich krieg gerade eh, also jetzt hab ich... Oh, leck mich doch, alter und dann kommt ja der Kunker. Die Runde hab ich nichts gefunden, für mich. Ja, da ist Chaos Knight. Okay, das erste Mal, dass ich gegen Just Random jetzt kämpfe, glaube ich. Aber ich glaub, der macht mich fresh, alter. Oder? Oder mach ich den? Das Traumergebnis wäre natürlich sehr geil, wenn wir beide unter den Top 3 kommen. Aber das wird, glaube ich, nicht zu treffen. Okay, also Just Random macht mich. Also Just Random macht mich echt hart. Ja, der macht alle. Mies. Night in blackest armor. I shall retain the lens with my hoofbeats. Wir kommen aber gerade echt gar nichts, ne? Ja, wir kommen im Club. Ah ja, da ist er doch. Solange ich nicht gegen Just Random fighten muss, ist alles gut. Ich... Ich... ...wird bestimmt den armor... Ja. Du bist... Du bist mein Gegner. Alter, ich hab nur was für einen... Der knallt mir jetzt schön mit 12 rein. Oder sogar mehr. Ja, ich denk sogar mehr. Der macht mich zu Null, ja. Ja, tschüss. 18 Damage. Oh, genau. Ist ja nicht so... Oh, irgendwie ein bisschen Damage haben, ne? Kann er nicht mal gegen andere kämpfen, oder so? Es existieren noch andere Spieler? Tatsächlich? Was ist ein Gerücht? Oh, er hat auch mal einmal verloren. Er hat nur 92... Oder war das schon... Oder hat schon lange die... 92%... Der hat schon lange die... Achso. Oh, Mist. Er hätte ja klappen können. Ich glaube, ich muss mir aber auch ein bisschen Platz machen, ne? Nicht Platz machen, sondern... Einfach mal für einen Monster noch... Vielleicht acht Monster, vielleicht bringt das mehr, aber... Ich hab... Gerade so nicht die Möglichkeiten dazu. Ich glaube, ich bin nur der einzige, der auf 7 ist. Sehr gut, einer von den Random sind meine Gegner. Sollte ich eigentlich auch schaffen. Alter, Basti. Oh, leck mich hin. Oh, ich verliere gegen Versina. 16 Damage, alter Schwede. Ich habe auch gerade Damage bekommen. Aber ich glaube, irgendwie halt zu viel. Du hast nur 4 bekommen. Chill. Ich gewinne aber auch gerade nicht mehr. Und ich habe in 2 Runden einfach 31 Damage bekommen. Die Runde kannst du jetzt nicht vergangen. Es ist ja... Die... Schwache Runde dann. Das ist wieder Zeit zum Looten. Das ist wieder Zeit zum Looten. Ich habe irgendwas gekauft, was ich jetzt nicht kaufen wollte, glaube ich, oder? Na, weiß ich nicht. Irgendwie glaube ich, dass meine Monster gar nicht mehr existieren hier in diesem... Doch, da. Ja. Aber ich kann sie gerade nicht kaufen. Nächste Runde erst. Och, komm, alter. Dieser... Oh, nein, ich gehe rennen. Oh, ich bin raus. Ne, jetzt ernsthaft? Ja. Tschüss. Ne, du lebst doch. Alter. Ich habe auch gerade dem... Wessi Schaden gemacht. Meine Monster haben ihn ein bisschen kalt gemacht. Kalt gestellt. Ich bin mit der Lichter. Ich bin mit der Lichter. Mine. Okay. Und, tschüss. Alter! Man muss... smoother bullets HP. Die��이ath mamma方 und du hす Sabino sind abgestrukturiert. Ich bin mit naja, Frau. Ach, selten auf meiner Seite Hm, treue Krieger, kann ich nicht kaufen Ich glaub den Just-Traner werde ich aber nie schaffen, wahrscheinlich ne Wahrscheinlich ist er sogar jetzt wieder mein Gegner Ne, Weezy, aber den schaffen wir gemeinsam jetzt auch ne Oder? Oder? Luck? Stream mal Loot? What? Schaffen? Oder? Wenn die mal was machen, ja? Ja, ja Sehr gut So Irgendwas wollte ich im Shop jetzt kaufen Ah ja, ein Vollkrieger, richtig Genau, dann kann ich den auch schon mal Auf Nein, den nicht Den Auf zwei machen, Entschuldigung Dann mach ich mir erstmal noch den nächsten Platz ready für diesen Kunker So Sie müssten eigentlich alle auf zwei sein, so gut wie Minimum Auf 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 naja schaffe ich nicht der ist einfach zu mächtig weiß nicht warum aber er hat auch mehr monster als ich glaube ich glaube das ist auch mein problem sieben monstern eine runde 30 ist nicht gut 98 oder ja da ein mond haben herzlich naja nächste runde kann ja die anderen beiden sind eh schlecht jana bein schaffig solange ich nicht gegen just random kämpfen muss alles gut also gegen ex kämpfe ganz ja vor übersehen ok die schafften eine doch hey wow der verliert jetzt habe ich einen platz mehr und packt ein level 1 aufs feld kommt es ist meine reihe wieder voll nur mit der krieger ausgestattet auch hier ist sogar ein bling das gebe ich dem mal ich glaube der geht auch voll krieger der level 9 ne der hat auch andere sachen aber hauptsächlich krieger ok nach schon raus wieder top 3 und juggernauten zu kaufen kann ich nicht aber gewinnen werde ich jetzt mal nicht weil der just random ist einfach zu stark er hat ja in den nick mal da warum ist er eigentlich so stark was hat der denn was aber weswegen er so stark ist wegen dem shadowwind oder meinst du nachdem der just random hat doch gar nicht so ne geilen monster ich weiß nicht warum der immer gegen mich gewinnt ja gute aufstellung würde ich mal sagen na er gewinnt doch nur noch ja wahrscheinlich werde ich jetzt wieder gegen wheezy spielen aber die runde drauf ne die runde drauf ist also bis 35 eigentlich schaffen wenn du jetzt wheezy danach halt die die drachenwelle gut die verleger wahrscheinlich ja die drachenwelle die wird knacki nicht mehr nicht mehr sondern nicht mehr oder 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 Ich glaub ich irgendwie grad noch nicht mal dran. Alter, wie viel hält denn dein Juggernaut aus? Extrem viel, aber ich hab verloren. Der hat das erste Mal gegen mich gewonnen, holy shit. Ich schaff's aber auch nicht. Soll ich statt den Kunker lieber doch den Naga noch mitnehmen? Besser, ne? Weil der ist ja immerhin Stufe 2. Stufe 2 bringt ja mehr, ne? Ja, nehm. Na, ich war kacke. Alter, ich werde wahrscheinlich nicht mal mehr Zweiter, ne? Doch, doch. Weil der jetzt kommt, der jetzt kommt, der jetzt kommt. Wow, und jetzt bekomme ich erst einen, äh, krassen Krieger, ne? Den krieg ich jetzt erst. Du? Geil. Den werde ich aber direkt aufs Feld packen. Oh, schüttt! ich habe auch ich habe auch gegen gewonnen ich habe noch jetzt bekomme ich noch mal du willst mich verarschen digger aber ich schaffe es glaube ich nicht mehr noch einen zweiten jetzt anzuschaffen oder du brauchst du nur noch einen dann hast du auf 2 ja weiß ich aber den finde ich gerade nicht ich würde auch direkt den wurf schwer und ich habe jetzt einen kunker gefunden habe ich gemacht wollte ich sowieso aber ich wollte erst mal gucken was im shop ist dafür gehst du da unten in die ecke also wie sie ist draußen nur noch ein und das obwohl er mir noch mal prozent abzieht nur noch ein wort wo es wird ja aber die nächste und habe ich verkackt weil außer ich schaffe du macht doch ja und was jetzt ich habe sogar noch ein tight hand aber mit dem kann ich nichts machen also den könnte kauf machen bringt mir nichts als er der du macht es jetzt mich weg hast du es gesehen ja das ist sein wer macht wer welchen von seinen monstern macht so eine grütze aber ich sage tschüss und wir sind euer mini play ja was ist dabei tschüss ja tschau